und herzlich willkommen in der nächsten und weiteren folge von mir ok ah, das tut weh, wir machen ein Pampos aus wir müssen uns registrieren ok, dann... das ist ja so alle dreierig schieße ich was ist das für eins dann also was würde dann für eins da kommen das ist jetzt auch so eine sache weil ich habe jetzt quasi zwei weniger also quasi ich habe hier nur noch meinen dragonier und mein lavita quasi mein regi ice ist sowieso noch angebomst wir gehen jetzt erstmal an unser team es ist dieses regi irgendwas dieses eine regi dieses gigant regi das damals als es ist das was hast du damals noch anders bekommen das weiß ich noch es ist das es ist ich muss irgendwie noch was warum geht das jetzt nicht da muss ich dann eine spezielle kombi machen zwiespalt ruine warte mal zwiespalt ruine warte mal 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 Amen. Warte mal kurz, das scheint etwas Wächteres zu sein. Anscheinend hat man hier... Eine Auswahl. Zwiespalt. Zwiespalt. Ah ja. Regi Drago oder Regi Glecki. Einmalig und kral. Das ist was? Ach, das ist ein E-Pokémon. Donnerblitz, Hyperstrahl. Donnershock. Blitzgefängnis. Wenn er stark ist, ist das ein Blitzkanon und zum Beispiel verstrahlen mit Sonnenblutzen. Und was ist das Regi Drago? Ein Drachen-Pokémon. Drachen-Kräfte, Hyperstrahl. Amaram, Drachen-Lauron und das andere gefällt mir besser. Okay. Regi Legi Muster. Zeig doch mal das Muster. Oh, das ist gezeichnet. Ja. Es muss so aussehen für uns. 1, 2, 3. Äh, 2 und 3. Suchen wir es mal. Ich schieb das mal rüber nach links, dann sieht ihr das erstmal Gott sei nicht. Weil ich das bei mir sehen kann. Das ist ja scheiße. Beide werden schön am Team. Da muss ich halt nahe und dann halt das Gegenteil auch tatsächlich machen. Hat ja sonst keinen Sinn, ne? Also anscheinend... So, 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 so. Was ist das denn? Das habe ich falsch gezeichnet. Ist das wirklich so? Ja. Ich will jetzt umgehen abspeichern und dann ist das nicht das Richtige. Elektroenergie. Das ist es. Ich will das Elektro-Pokémon haben. Ich will das E-Pokémon. Das ist es. Wir wollen das E-Pokémon. Nicht das Drachen-Pokémon, sondern das E-Pokémon. Wir besitzen mich noch überhaupt kein E-Pokémon. Und das könnte ein guter Fang werden. Mit neuen Bällen. Und das ist es. Und das ist es. Oh. Tschüss. Wir machen einfach Lobby da rein. Wenn er jetzt nicht gleich eine Stein-Attacke macht, dann habe ich ihn eigentlich. Da eins. Aha. Ich gebe mir den Stein-Haken, weil er Flügel hat. Mal so. Ach. Duги Tempo schadet mir. Bin mal einfach. Noch einmal. Perfekt. Wir müssen uns auch ein bisschen verkaufen. Ich muss glaube ich über Bälle kaufen gehen. Ich glaube das ist so gut, sonst kennen sie. Eins. Zwei. Ja, nur hat es leider keine Strafe. Ich muss mich fragen ob ich es nicht richtig machen kann. Eins. Zwei. Niemals. Zwei. 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 Das war's für heute. Ich glaube, es ist ja nicht möglich. Ne, das wird nicht reichen. Ich will da reichen, aber ich kann es nicht vergessen. Das kann so klicken. Das würde ich so nicht fangen können. Keine Chance. Ich muss noch mal raus und noch mal heilen. Und dann... So kann es sein, dass wir eigentlich nicht vergessen. Ich habe es vergessen. Das war nicht so wichtig. Eine Chance. Dann habe ich alle verwehrt. Ne, das wollte ich nicht machen. Zu wie in die Keeper-Belle. Deshalb? Nachkommen. 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 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 14, 14, 14, 15, 16, 17, 17, 18. Zwiedel Super Eisenabwehr, was ist das? Nein, Frau So Zur letzten Dragoan Klasse Zurich in Dragoan Klasse 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 Ok Klasse Weißt du was? Ich versuch's mal Ich glaube aber nicht, dass es nochmal Ne Die Punkte gehen nicht Wir können natürlich jetzt noch hier ganz rauf gehen Aber was erwartet mich in diesem Kronentempel? Was ist da drinnen? Ok Ok aber Klasse 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 Jetzt sind wir mal das, glaube ich, ins Team Nein, das war ein Team Sag mal... Oh nein, das fehlt mir... Das fehlt mir, ich weiß aber nicht, wo ich da saß Wo waren die Legends immer drinnen? Hier? In dem Großen? Nein, nein, die waren schon hier Die Legends, oder? Was war das mit den Legends hier unten? Die in einer Riesennest, ja Warte mal... Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Die Diener Riesenlist. Diener... ...Diener Riesenlist. Ah ja. Das war noch interessant. Ah, Ultra Bastion. Oh, okay. Oh. Wow. Oh, oh, Lucia Latias. Boah, geil, Digga. Kannst du alle fangen, Digga. Hey, geil, die kannst du alle fangen. Das ist krass. Das ist schon echt krass, Digga, Leute. Digga, du kannst dir entviele Legends da rausholen. Wenn ich mich dahinter klamme. Das ist ja bekloppt. Das ist ja bekloppt. Okay. Sehr verrückt. Kann man die Legenden mehrfach besiegen oder was? Verrückt, Digga. Verrückt? Alter, verrückt. Geil. Ich werde jetzt aber einen Cut machen nach Folge. Kann man den Legenden mehrfach begegnen? Halt die Fresse. Voll abgekackt hier. Vergegnen. Schließ die jetzt mal, dann habe ich hier mehr Ramm im Hintergrund. Digger, Alter. Warte mal, ist es wichtig jetzt noch zu wissen. Wollen wir das Video noch zu packen? Digger, Alter. Dieses Gelecke echt. Jetzt hier aber schon mal ein Ausmaß. Die schmeiß ich schon in den Stand bei. Das kann ich auch schon schließen. Digger, wie lange lädt das, Mann. Hier habe ich auch hunderte Seiten auf. Digger, wie lange lädt das, was ich nicht. Das kann ich auch schon mal in den Stand bei. Das war's. Das kann ich auch schon mal in den Stand bei. Wie lange lädt das, was ich nicht. Das war's. Das ist ein, das war's. Das war's. Vielen Dank. Dann sollten wir das mit Schillapin machen. Was war das Schillapin nochmal? Ah, stimmt. Das war ein Pokémon. Wo finde ich das? Hier Chester. Okay, gut zu wissen. Okay, dann, wenn das Video euch gefallen hat, dann lasst mir doch gerne ein Like und ein Abo da. Und dann sehen wir uns auch schon in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao, ciao.